Musik Dieser Termin gefällt mir eigentlich gar nicht, weil ich mag nicht so gerne Geburtstage, bin ich ehrlich. Also schon gar nicht, wenn man ein bisschen älter wird, dann ist jedes Jahr immer so, naja, noch ein Jahr und noch ein Jahr älter und noch ein bisschen sieht man müder aus. Ne, also ich freue mich, mit den Jungs arbeiten zu dürfen. Sie hinterlassen einen guten Eindruck. Ich kenne ja viele Spieler schon über Jahre und da ist ja auch was gewachsen. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you!